Okay, danke für die Nominierung. Ist ja von gutem Zweck, deswegen kann man auch mal Platz ziehen. Ich nominiere als Ersten, auch wenn es mir vielleicht ein paar extra Laufeinheiten kostet, Dago Sigurdsson. Als Isländer kein Problem. Als Zweiten nominiere ich, damit das Blut nicht um meinen Ballen gerät, Roland Kaiser. Und als Dritten, ja, du, Simone und Sophia Tomala. Attacke!